Herzlich Willkommen im Autohaus Wismar. Einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt, das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. Mächtige 18 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die beheizten Sitze vorne und hinten bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Kuga schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, LED-Licht, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Das automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken und super ausgestatteten Ford Cougar ST-Line werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne es da länger war. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Da, schau. Das Team von Wiesbren AG